Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Google Chrome ganz einfach den Dark Mode auf Windows 10 kostenlos einstellen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Am einfachsten funktioniert es mit der kostenlosen Erweiterung Dark Reader, welche ich mir jetzt übrigens auch hole. Hierfür am besten einfach mal in Google Dark Reader eingeben, das Ganze natürlich dann auch suchen und bei mir erscheint hier an erster Stelle jetzt auch schon der Webstore Dark Reader. Da klicke ich jetzt einfach mal noch drauf. Anschließend kann ich das Ganze nämlich hier rechts drüben auch schon hinzufügen. Klicke hier also auch mal noch drauf. Danach muss ich es normalerweise auch noch bestätigen. Genau, Erweiterung hinzufügen, das machen wir jetzt auch und dann ist das Ganze auch schon automatisch heruntergeladen. Damit wir unsere App jetzt auch jederzeit sehen können und natürlich auch jederzeit an- bzw. ausstellen können, müssen wir hier rechts oben auf das Puzzlestück Erweiterung draufklicken. Dann sehen wir auch schon unseren Dark Reader. Diesen möchte ich jetzt einfach anpinnen, weswegen ich hier einmal noch draufklicke und anschließend können wir nämlich hier oben auch schon erkennen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich das Ganze an- bzw. auch jederzeit ausschalte und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Google draufgehe, im Moment ist der Dark Reader an, dann wird das Ganze auch schon automatisch auf diese dunkle Version abgeändert. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich hier oben ausschalte, dann habe ich alle meine anderen Webseiten wieder ganz normal. Als Test kann ich jetzt auch mal noch YouTube aufmachen. Jetzt im Moment haben wir die normale Version, das ist also alles hell. Und wenn ich den Dark Reader jetzt einschalte, dann wird das Ganze auch wieder automatisch auf dunkel gestellt. Und somit haben wir bei Google Chrome jetzt auch schon den Dark Mode richtig eingestellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.